Raphael Kohnen, kann man bitterer als heute Abend den Match verlieren? Nein, ich glaube nicht. Wir haben wirklich einen super Match gezeigt. 12-Ka 40 Minuten sicher die bessere Mannschaft gewesen. Nach einer Verlängerung bekommen wir eine fragwürdige Strafe. Das wäre ein bisschen unter Druck gewesen, ist klar. Eigentlich hätten wir gewinnen sollen, aber so ist der Punkt, nehmen wir morgen weiter. Etwas Positives, was ihr mitnehmen könnt, ist, dass der Berner 2-Gol-Rückstand aufgeholt hat. Was war der Schlüssel? Ja, eigentlich, wenn er 3-1 zurück war, hatten wir das Gefühl, dass er eigentlich mehr verdienen kann. Also es sind einfach mehr Qualitäten als Schiss drin gehabt und sind 3-1 vor gewesen. Und ja, wenn ich nicht luck gelassen lassen, weiter gespielt und das Gefühl hatte, in den letzten Jahr 20 haben wir recht dominiert und verdient zurück und eine Verlängerung als Pech gehabt. Danke vielmals. Merci.